Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni hier und herzlich willkommen zu meinem nächsten Fortnite-Video. Ja, meine lieben Freunde, wie ihr schon im Titel lesen könnt, knacke ich heute endlich meinen Kill-Rekord und werde ich darauf im Anschluss noch direkt meinen ersten Solo-Seek holen. Das werdet ihr jetzt im Video sehen, da möchte ich euch nicht spoilern. Aber ja, ich hab's endlich heute geschafft, man. Ihr werdet sehen, wie sehr ich mich freue. Und bevor dieses Video startet, Leute, hab ich nochmal einige Fragen an euch. Was genau wollt ihr von mir alles in Fortnite sehen? Wollt ihr mehr Solo sehen? Wollt ihr mehr Duos sehen? Zum Beispiel auch mit meiner Freundin oder dass ich im Squad spiele oder mehr auf Siege gehe oder auch lustige Sachen zeige oder von allem etwas. Ich finde, das ist immer so am besten, wenn man von allem etwas zeigt. Ich versuche mal so Videos zu machen, wo es ein bisschen lustig ist, dann mal wo es ein bisschen ernster ist, wo ich schwitze auf den Sieg und alles sowas. Damit von allem etwas dabei ist. Und ja, da könnt ihr mal in die Kommentare eure Meinung dalassen und sagen, was ich noch machen soll oder mir auch sogar gerne Tipps geben, wo ich mich verbessern kann. Das nehme ich mir immer alles sehr gerne zu Herzen, denn ich will in diesem Spiel immer besser und besser werden und ich bin wirklich von Tag 1 bis jetzt definitiv besser geworden. Das muss man sagen. Zwar noch kein Pro oder auf irgendeinem krassen Level, aber wir steigern uns und ich hoffe, ihr seht diese Steigerung und ihr habt Spaß daran zu verfolgen, wie ich nach für nach besser und besser werde. Und ja, da wollte ich noch sagen, Leute, God of War werde ich jetzt auf jeden Fall durchziehen. Das wird jeden zweiten Tag kommen. Also alle, die das schauen, die können sich darauf freuen. Das wird jeden zweiten Tag kommen. Und natürlich, Fortnite-Streams werden jetzt auch kommende Woche wieder kommen. Ich bin jetzt aber erstmal in Leipzig unterwegs. Und ja, da wollte ich noch sagen, Season 4, was sagt ihr dazu in Fortnite? Ich finde es cool, dass die sich da sowas einfallen lassen haben oder dass die nach und nach immer so Sachen rausbringen. Also Fortnite hat es wirklich drauf, Leute. Das muss man wirklich sagen. Epic Games hat da was auf den Markt gebracht. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Lasst schon mal jetzt gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Und ich will, dass wir die 10.000 Likes hier knacken. Schaffen wir das. Ich will das einmal sehen auf meinem Fortnite-Video. 10.000 Likes. Das haben wir, glaube ich, nur im allerersten Video geschafft. Aber heute wird Geschichte geschrieben. Heute erster... Ich sag nix. Mein Kill-Rekord wird geknackt. Let's go. Ein Spiel so süchtig wie Fortnite, ne? Das war damals bei Modern Warfare 2. Und jetzt Fortnite wirklich ein Meisterwerk, ne? Aus dem Nichts gekommen. Einfach alles zerstört, ey. Ist einfach so. Das ist zu krass. Ja, weil man einfach weiß, es ist nur ein Gegner immer da. Immer nur einer. Immer nur einer. Oh, fuck. Hey. Alter, der bin ich erschrocken, Mann. Bruder, ein Jiggy Jaga Jaga Jackson, Alter. Vor dem brauche ich jetzt unbedingt, ne, Bruder. 15 Sekunden. Die wichtigsten 15 Sekunden meines Lebens, Leute. Ich höre von links Gegner. Von rechts. Von überall. Oh mein Gott. Ego-Perspektive Fortnite. Sieht geil aus, oder? Ich hab richtige... Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Boah, ey. Leute, Leute, Leute. Alter Schwede, würde der Ibrahimovic jetzt sagen, ey. So, erstmal hier kurz ein bisschen die... Oh mein Arsch! Ich glaub, die denken, ich hab echt Zucker am Arsch, ne? Nein, nein. Oh mein Gott. Von hinten, Alter. Sack. Na, das ist zu weit weg, Mann. Hier, Bruder. Leg dich nicht mit Soan an. Es kommt Doppelfuß. Es kommt Doppelfuß. Dranriechen, 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 genug gerochen. Und dann der ganze Muni und dann Holz. Da komm ich immer für das Medipack. Scheiß drauf. Können. Ja, wie gesagt, keiner in die Kiste geguckt. Das kommt wie gerufen, das Ding hier. Grüne Bauche, ich hab ne blaue. Nein, habt ihr ihn gesehen? Vom Berg runter. Oder wie viel der geschluckt hat, Alter. Mehr als diese Nutten am Bahnhof. Sorry. Sorry für die Ausdrücke. Es tut mir leid. Der Bruder hat einfach ne Skar gehabt, ne? Eh. Opti, Mopti. Oh. Kann ich natürlich nicht vergessen. Ich bleib jetzt auf Hilfe für den. Der da oben, sieht der mich oder nicht? Ist jetzt die Frage. Ein Sniper, Bruder. Er ist richtig motiviert mit dem Sniper. Was machen wir jetzt, Leute? Was macht der? Wo ist der? Ah, der baut sich da hoch, okay? Guck mal jetzt, Leute. Fuck. Ist das hinter mir noch jemand kommt? Wir sind definitiv da oben im Fight, Leute. Eigentlich müssen wir jetzt pushen. Digga, wie schluckst du, Alter? Ey. Leute. Sieben Kills, ne? Also. Scheiße. Ich bin Kills, 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 ich bin Kills. Wo ist denn der eine Hitwisch, Alter? Boah, neun Kids, Bruder, ey. Ey, ich schaff meinen Rekord, Leute, komm. Wir packen das, Leute, wir packen das. Zone, 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 Zone. Ey, mein Rekord. Mein Rekord. Mein Rekord. Mein Rekord, jawohl, wir haben die 10 Kills, Leute. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, mein Kill-Rekord. Oder ich komme. Ey. Oh nein, wenn ich runtergeschossen werde. Ah. Nein. Nein. Wie platziere ich das? Vier Eck. Oh mein Gott, wir haben... Den Kill-Rekord haben wir, Leute, Kill-Rekord haben wir. Ich knacke meinen Kill-Rekord. Oh mein Gott, ich knacke meinen Kill-Rekord. Ich glaube es nicht, Leute. Meinen Rekord. Ich muss kurz Discord hier stumm machen. Ah. Oh mein Gott, stell dir vor, jetzt Kill-Rekord und Solo-Siege, Alter. Let's go. Oh, 10 Kills, Alter. Iben ist schade, Mutter. Boah. Er braucht mit einer einen Hund. Ey, wie viele da auf einmal gekommen sind, ne? Weil dann habe ich die gepusht. Boah, Leute. Der Kill-Rekord. Endlich ist diese 10 da. Endlich ist der Fluch gebrochen, Leute. Wisst ihr, wie stolz das mich das macht, ey? Jetzt kann ich schon viel lockerer rangehen. So, was macht die Zone jetzt? Okay, die bleibt... Oh mein Gott, Zone enttiltet, ey. Digga, da ballert jemand. ...ich vorgehen soll. Hadouken! Boah, Leute. Wo kam denn der Schuss, ey? Ich wurde auf jeden Fall gespottet wie Spotify. Oh ja. Bruder, wechsel Materialien. Wie wechsle ich? Okay, wie mache ich das jetzt? Klack, 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 klack. Dann klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Okay, geschafft. Beys isda! Beys isda! Wer baut sich da ein, alter? Dieser kleine... Kleine Gigolo, ey. Digga, die chillen alle ihr alles chillen, die da. Überall, Leute, wirklich, überall. Klack, 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 klack. Alle mal, alle mal Hechte, klack, 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 klack. alles ruhig und dann erst mal die lage chillen leute mal wo die zone drin oder ich bin an der grenze da hinten läuft einer bleib stehen du kleiner bengel alter oh mein gott 105er schaden der fällt runter der hund wenn sie so getroffen sind nein Nein. Wo? 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 Knack, Mann. Wir haben meinen Kilderkraut geknackt. Ihr seid die Ersten, die dabei gewesen sind. Das war das Wichtige. Ich knacke meinen Kilderkraut. Ja, Freunde, und das war's mit dem Video, ey. So bitter, Alter. Ich hab mich da in meinem Scheiß-Turm hochgebaut und wusste nicht, was ich machen soll. Und da könnt ihr mir mal jetzt gerne eure Tipps geben, wie ich mich in solchen Situationen verhalten soll. Weil ich weiß einfach nicht, soll ich jetzt runtergehen? Soll ich jetzt da hinsprinten? Soll ich mich hoch oder soll ich die Gegner pushen? Das sind so Situationen, wo es halt drauf ankommt. Und dafür kacke ich meistens, weil immer in den Endkämpfen, da bin ich so nervös, Leute. Deshalb lasst mir da gerne mal Tipps in den Kommentaren da. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir haben endlich die Scheiß-10 da oben stehen. Immer 9. Immer 9, 9, 9, 9. Aber jetzt haben wir endlich mal die 10 geschafft, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Fortnite-Video wieder. Ich werde versuchen, Fortnite auch so jeden zweiten Tag so ungefähr zu bringen. Natürlich auch mit Streams gemixt. Und morgen kommt dann erstmal wieder God of War. Und ja, Leute, lasst hier unbedingt einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus, Mann. Checkt auch Instagram ab, unserem FIFA-Kanal. Ich bin raus, Freunde. Haut rein. Und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.